So klingt es, wenn über 100 Kinder in der Thun-Arena zu einem Training auflaufen. Mit dabei mehrere Profis aus der ersten Mannschaft, die nicht nur verschiedene Übungen vorzeigen, sondern auch mit den Nachwuchstalenten mitspielen. 24 Mal im Jahr gibt es die kleinen Kickers. Unter fachkundigen Anleitungen wird vor allem die Freude am Spiel vermittelt. Und dabei springt auch für die Profis was raus. Es ist einfach schön zum Zuschauen. Es ist schon kätzig, sie sind wirklich mit der Leidenschaft und die machen das wirklich Spass. Und sie sind so frei von negativen Sachen. Nicht nur Dribbeln und Tore schiessen steht auf dem Lehrprogramm. Die Idole helfen bei ganz alltäglichen Problemchen. Wenn sie so klein sind, können sie natürlich noch nicht selber Schuhe bingen. Dann stößen sie immer den Fuss aus, kannst du Schuhe bingen? Vielleicht ist er hier sogar schon ein zukünftiger Käpt'n des FC Thun unterwegs. Die Kleinen sind jedenfalls mit großem Einsatz bei der Sache. Und die nächste Generation an FC Thun-Fans steht parat.